so okay jetzt geht es mal hier weiter so ein bisschen so weiß gar nicht wo war ich denn stehen geblieben ist doch mit der kurze unterbrechung alte männer da wird es da ist vorbei das klappt nicht mehr mit dem daran erinnern was da eigentlich sache ist im plan ist ach so ja mehrere sachen ja ne hallo auf ok 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 hier haben wir hier noch hier haben wir keine doch natürlich steinschaufel steinhacke steinhacke so eine steinhacke ja gut egal besser als keine steinschaufel steinschaufel was hat mit steinschaufeln ok 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 bonsai auf geht's zz zack runter und weiter die Bildergalorie hä ist mir glaube ich noch nie aufgefallen doch tatsächlich wieder kein glas mit dem mann erinnert mich doch mal daran dass ich das mitnehmen so dass sie gut aus bis erst zumindest abgeerntet ist gerade den können wir mal das wasser laufen lassen da oder ja das laufen ist egal ja wir fangen aber mal oben an mit dem abräumen von dem trempel hier bitte jetzt auch nicht da drunter ist ein boah ey was macht der viel Lärm wo ist denn der hier drunter muss die Hülle sein ein gut so 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 nicht weil wieder zurück mann wie gesagt ich hab das nicht mehr so hat er eigentlich da oben auch eine Decke drin oder ist das nur der Rand weiß gar nicht, glaube ich nicht ähm, da Stein hoch jetzt weiß ich auch wieder warum ich hier die zwei Eisen drin habe um ne mach mal weg um ne ho 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 zu machen ho zu so, ok aber stein 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 du hast du vertack dich okay noch mehr stein du musst noch ja ab geht post bzzz 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 zack zack ja . . . Ok. Ein Niiiisot. Oh oh. Der war suboptimal. Alter, okay, das war jetzt ein Ratzdorf. Wo ist es hin? Liegt hier noch, okay. So, ach so, da war dann noch was. Find ich auch doof eigentlich. Ich hätte er ja nicht hier runter rennen brauchen. So, ich hätte doch eigentlich nur das da drüben ins Wasser schmeißen brauchen wir da eh in der Kiste noch nicht. Mann, 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 Mann. Egal, jetzt müssen wir noch mal neue machen. Was? Hä? Hä? Kannst du dich verarschen? Wo ist denn hier ein Skelett? Hä? Hä? Wo bitte schwimmen war da ein Skelett? Alter! Da geht jetzt eindeutig zu weit. Wo war denn das Skelett? Unverschämt. 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 Kann ja nur ein Abwesen sein. Jetzt ist es. Hier klappert es doch irgendwo. Aber wo ist das? What the hell. Wo ist diese verfickte. Entschuldigung. Aber wo ist diese verfickte Skelett. Was mich hier so trocken abgeschossen hat. So unverschämterweise. Vor allem. Was ist denn diese Urstück. Als sie so rumklappert. Was ist das? Hmm. Was ist das? 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 Was ist das?